Hey, ich bin Olli von SQUAD und heute habe ich von unseren Experten im Team die sieben Tipps für deine Facebook-Ads. Klingt gut? Bleib dran! Lass uns nicht lange drum herum schwafeln und direkt einsteigen. Punkt 1. Optimiere deine Creatives. Der Einfluss der Creatives auf den Erfolg deiner Kampagne wird oft unterschätzt. Als Facebook-Ads noch in den Kinderschuhen steckten, galt ein passgenaues Targeting als maßgeblicher Erfolgsfaktor für eine gute Performance der Kampagnen. Doch seit 2006 die ersten Werbeanzeigen auf der Plattform ausgespielt wurden, hat sich viel verändert. Seitdem Stichworte wie Konsolidierung und Automatisierung das Setup ausmachen, sind die Werbeanzeigen der unterschätzte, immer größer werdende Hebel im Performance-Marketing. Insbesondere jetzt, zu einer Zeit, in der die Custom-Audiences der Advertiser aufgrund der Tracking-Einschränkungen durch iOS 14 und Co. schrumpfen. Je unspezifischer die Zielgruppen werden, desto wichtiger wird eine passgenaue Ansprache der Nutzer mit dem Werbemittel selbst. Wusstest du, dass das Werbemittel als Bewertungskriterium vom Facebook für deine Kampagnen herangezogen wird? Der Gesamtwert, den Facebook deiner Kampagne zuschreibt, entscheidet darüber, ob eine Anzeige in der Auktion gegen die Wettbewerber gewinnt. Sprich, ob sie ausgespielt wird oder eben nicht. Der Gesamtwert berechnet sich aus drei übergeordneten Erfolgsfaktoren. Dem Wert, den der Werbetreibende bereit ist auszugeben, also dem Gebot. Der geschätzten Handlungsrate, also eine Prognose von Facebook, wie gut die Chancen stehen, dass deine Zielhandlung, also beispielsweise ein Kauf durch deine Kampagne ausgeführt wird. Und dem User-Value sowie dem Feedback auf die Anzeige und der Relevanz der Ad innerhalb der definierten Zielgruppe. Der Score der letzten beiden Einflussfaktoren wird maßgeblich durch das Creative bestimmt. Kurzum, je besser das Creative, desto höher dein Gesamtwert, desto besser deine Chancen, deinen Wettbewerbern in der Auktion einen Schritt voraus zu sein und niedrige Preise für die Ausspielung deiner Werbeanzeigen zu erzielen. Zweitens, entscheide dich für die automatische Platzierung. Aber was macht ein gutes Werbemittel denn nun aus? Du solltest versuchen, Creatives zu produzieren, die zur Plattform passen und sich harmonisch in die Umgebung einfügen, damit sie positive Reaktionen bei den Nutzern hervorrufen und nicht störend wirken. Denn davon haben weder der Advertiser noch der Nutzer etwas und Facebook auf lange Sicht ebenfalls nicht. Mittlerweile gibt es über ein Dutzend Möglichkeiten, deine Anzeigen im Facebook-Universum zu platzieren, die du idealerweise alle nutzen solltest, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Die Einstellung dazu kannst du auf Anzeigengruppenebene vornehmen. Automatische Platzierung nennt sich die volle Ausschöpfung der Platzierungsmöglichkeiten im Facebook-Kosmos. Damit sich das Werbemittel möglichst natürlich in der Umgebung einfügt, solltest du versuchen, dein Ausgangswerbemittel für die verschiedenen Platzierungen anzupassen. Nutze dafür beispielsweise die Angaben von Facebook zu den Spezifikationen für Facebook-Werbeanzeigen mit den passenden Abmessungen für jede Platzierung. Drittens. Nutze Facebook Asset Customization. Du hast nicht die Möglichkeit, von einer professionellen Grafikabteilung verschiedene Versionen deines Werbemittels erstellen zu lassen? Kein Problem. Nutze die Asset Customization von Facebook. Eine Funktionalität, mit der Facebook dir ermöglicht, deine Werbemittel direkt im Werbeanzeigenmanager selbst anzupassen, Bilder zuzuschneiden oder Video-Overlays hinzuzufügen. Außerdem gibt es viele auch für Laien intuitiv bedienbare Tools zur kreativen Bearbeitung von Werbemitteln, wie zum Beispiel Canva oder Promo. Dass sich der Invest in gute Creatives auszahlt, belegen Studien von Facebook selbst. Laut eigenen Aussagen sind die am schnellsten wachsenden Werbetreibenden diejenigen, die im Schnitt elfmal mehr Werbemittel testen. Viertens. Denke deine Kampagnen in Funnelstufen. Nicht jeder Nutzer, den du ansprichst, wird sich in der Customer Journey an der gleichen Stelle befinden. Es gibt Nutzer, die dein Produkt noch nicht kennen, andere, die schon einmal mit deinen Ads interagiert haben oder sogar vertraut mit deiner Website sind. Das solltest du bedenken, bevor du deine Kampagnen aufsetzt und deine Werbemittel gestaltest. Denn fünftens. Baue Kampagnen nach Funnelstufen und passe die Ads an. Es ist sinnvoll, in den verschiedenen Funnelstufen unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Im Upper Funnel, also in der Pre-Awareness- und Awareness-Phase, kennen die Nutzer dich und dein Business noch nicht. Hier also bietet sich der Einsatz der von Facebook zur Verfügung gestellten Core Audiences. Die Nutzung von Dynamic Ads mit Broad Targeting oder Lookalike Audiences auf Basis deiner Costume Audiences an. Bedenke auch bei der Formulierung deiner Werbebotschaften, dass es sich um Anzeigen für die Neukundengewindung handelt. Um Aufmerksamkeit zu erregen und zu inspirieren, eignen sich zum Beispiel Video-Ads oder das Format Slideshow. Möchtest du eine Zielgruppe aus dem Mid-Funnel ansprechen, die sich gerade in den Phasen Consideration oder Preference befindet, können sich Engagement Audiences anbieten, also Zielgruppen, die du auf Basis der Interaktion mit deinen Seiten oder Werbeanzeigen erstellst. Für die Ansprache der Zielgruppen, die bereits mit deinen Inhalten in Kontakt gekommen sind, kannst du einen Schritt weiter gehen und beispielsweise etwas weiter gefasste Custom Audiences als Targeting hinterlegen. Etwa die Webseitenbesucher der letzten 30 Tage und ihnen deine Produkte erneut anzeigen lassen. Im Lower Funnel befinden sich Nutzer mit einem hohen Intent, die Handlungen zu vollziehen, die du mit deinen Ads forcierst. Das können zum Beispiel die Warenkorbabbrecher der letzten 14 Tage oder die Webseitenbesucher der vergangenen 7 Tage sein. Passe die Werbebotschaft an deine kaufnahe Zielgruppe an und wähle auch die passenden Formate für eine Lower Funnel-Ad. Hierfür bieten sich gerade im E-Commerce zum Beispiel dynamische Collection-Ads oder Karussell-Ads an, bei denen die Produkte angezeigt werden, die der Nutzer zuletzt angesehen oder in den Warenkorb der Website gelegt hat. Kommunizierst du deine Werbebotschaften konsequent entlang des Funnels, begleitest du die Nutzer idealerweise also durch die gesamte Customer Journey bis hin zum Kauf. Sechstens, arbeite mit Zielgruppenausschlüssen. Aber aufgepasst, vergiss nicht mit Zielgruppenausschlüssen zu arbeiten, damit die Nutzer nicht beispielsweise im Lower Funnel noch mit den Mid-Funnel-Ads ansprichst oder Personen, die bereits konvertiert haben, erneut Kaufreize ausspielst. Siebtens, skaliere horizontal und vertikal. Du hast das Gefühl, deine einst so gut performenden Zielgruppen nutzen sich langsam aber sicher ab. Dann gibt es nur eine Lösung, skaliere deine Kampagnen. Dazu kannst du zwei verschiedene Wege einschlagen. Du kannst vertikal oder auch horizontal skalieren. Vertikale Skalierung. Die vertikale Skalierung liegt fast auf der Hand. Du könntest für deine Kampagne ein höheres Budget einsetzen. Das Problem dabei ist nur, viele Unternehmen können ihr Budget nicht beliebig erhöhen und selbst wenn dieser privilegierte Fall eintreffen sollte, wird es auch hier nach einiger Zeit womöglich erneut zu einer Zielgruppensättigung kommen. Dann bleibt dir nur noch die horizontale Skalierung, auf die ich jetzt gleich noch näher eingehen möchte. Achte bei der vertikalen Skalierung außerdem darauf, dass du dein Budget nicht zu schnell zu stark erhöhst. Als Faustregel kannst du dir ungefähr merken, eine Erhöhung deines Budgets von zunächst 20% und das nicht häufiger als alle drei Tage sollte ausreichen. Prüfe nach der ersten Erhöhung erst, ob die KPIs stabil bleiben und deine Kampagnen weiter konstant performen. Tun sie das nicht, findet Facebook womöglich nicht genügend Nutzer in deinen definierten Zeitfenster, die konvertieren und du musst das Budget wieder senken. Die zweite Möglichkeit, deine Ergebnisse zu skalieren, ist die horizontale Skalierung. Dabei versuchst du, deine Zielgruppe zu vergrößern, weitest also beispielsweise deine einprozentige Lookalike Audience auf eine dreiprozentige aus. Weitere Möglichkeiten der horizontalen Skalierung sind geänderte Gebotsstrategien oder eine andere Ansprache im Creative. Du kannst im Werbemittel zum Beispiel einen Rabatt kommunizieren und triffst damit den preisaffinen Nutzern direkt ins Markt. Möglicherweise erschließt du neue Zielgruppen, wenn du bei deinen Werbemitteln auch andere USPs deines Produktes in den Vordergrund stellst. Zum Beispiel Nachhaltigkeitsaspekte oder ähnliches. Teste doch auch mal, ob deine KPIs sich verbessern, wenn du Testimonials oder Influencer in deine Werbemittel mit einbindest. Wer skalieren will, sollte nicht vor ausgiebigem Testing zurückschrecken, um Wege zu finden, neue Zielgruppen zu erschließen. So, hoffentlich waren einige hilfreiche Quick Wins für dich dabei. Hast du Fragen oder willst du uns verraten, wie du deine Ads optimierst? Dann ab damit in die Kommentare oder schreib uns eine Nachricht. In den sozialen Netzwerken gibt es auch immer wieder mal ein paar Infos und nützliche Tipps von uns für dich. Wenn du keine davon verpassen willst, dann lass uns gerne ein Abo da bzw. folge uns. Wir sehen uns wieder. Mach's gut!